Die Universitätsgeschichte ist ein Forschungsgebiet innerhalb der Geschichtswissenschaft, das sich mit der historischen Entwicklung der Universitäten in Europa und der Welt befasst. Gegenstand im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Universität als Institution sowie deren innere und äußere Organisation. Auch die Rolle von Universitäten, Professoren und Studenten in bestimmten politischen und gesellschaftlichen Kontexten ist häufig Gegenstand historischer Forschung. Inhaltlich und methodisch bestehen besonders enge Bezüge zur Wissenschaftsgeschichte, aber auch zur allgemeinen Bildungs-, Kultur- und Sozialgeschichte. Entwicklung seit dem frühen 19. Jahrhundert gaben vor allem Universitätsjubiläen Anlass zu einschlägigen Forschungen. Erste übergreifende Darstellungen erfolgten um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Bemühungen, die neue Disziplin als Hochschulkunde unter Einbeziehung der Studentengeschichte zu etablieren. Scheiterten jedoch nach dem Ersten Weltkrieg. In der Folge dominierten lange Zeit soziologisch oder ideengeschichtlich inspirierte Gelegenheitsschriften, die nicht selten auf zeitgenössische Herausforderungen und Reformen reagierten. Erst seit den 1990er Jahren sind verstärkte Anstrengungen zur Institutionalisierung und Professionalisierung zu beobachten. Etwa durch Gründung der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 1995 und die Herausgabe des Jahrbuchs für Universitätsgeschichte seit 1998. Schon seit 1981 erscheint die Zeitschrift History of Universities. Ebenfalls seit den 1980er Jahren arbeitete auf Initiative der Europäischen Rektorenkonferenz ein internationales Autorenkollegium unter Leitung von Walter Rueck an einer vierbändigen Geschichte der Universität in Europa, die 2010 abgeschlossen wurde. Derzeitige Situation Anders als Wissenschaftsgeschichte oder Wirtschafts- und Sozialgeschichte kann man Universitätsgeschichte in Deutschland bislang nicht als Studierenfach studieren, auch bestehen nur vereinzelt eigens ausgewiesene Lehrstühle, so ZB in München, Berlin oder Chemnitz. ZB in München Vielen Dank.